Darf man erlegte Tiere essen? Sie werden ja erschossen. Genau, das darf man. Erlegte Tiere, wenn man sie erschossen hat, darf man, wenn man vorher bis in den Leer gesagt hat. Genauso Tiere, die vom Hund gepackt werden, darf man essen. Vorausgesetzt ist, dass der Hund nicht davon selber isst. Wenn er von der Beute gegessen hat, darf er von der Beute nicht mehr essen. Ja? Deswegen redet man über den gelernten Hund im Jagen. Genau, beim Jagen.